Hallo und herzlich willkommen zur dritten Tür des PvP Adventskalenders. Heute spielen wir Zweifel Games und zwar auf dem Minecraft Server. Das heißt wir haben noch ein paar kleine Änderungen, die ich aber selber noch gar nicht so kenne. Was soll ich nehmen? Night? Und ja, IP ist in der Beschreibung wie immer. Es ist der gleiche Server auf dem ich auch Dragon Escape spiele. Aber wahrscheinlich kennt ihr das auch schon von anderen Leuten. Ah nein, ich war auch nicht drin. Ich blute erstmal ein bisschen, wenn die sich hier um mich herumkloppen und mich nicht angreifen. So, ich hätte gern irgendwas... Ah, ich habe keine Waffe. Das ist nicht so gut. Aber ich habe ein Boot. Fürchtet euch von meinem Boot. Mal gucken. Ich brauche Kisten. Ah, verdammt. Man startet mit ein bisschen mehr Leben. Ah ne, das ist jetzt aber weg. Was mache ich hier? Ist zwar egal, aber ich mache das einfach so. Bringt gleich viel. Aber dann fühle ich mich wohler. Mit schicken Schuhen. Ja, da kann ich nicht wirklich hinspringen. Da ist jemand. Den möchte ich nicht besuchen. Jetzt mal hier lang. Ja, da kann ich machen. Oh, ein Kompass. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Hier auf dem Server. Ups. Ah ja, cool. Doch, kann man da hoch? Ne. Das geht nicht. Ne. Das geht nicht. So, ich muss was essen. Und von da kamen wir, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Ich gehe mal hier durch die Häuser vielleicht. Da sind Leute, die kämpfen. Oh Gott, der ist auf jeden Fall böse. Aber ich komme bei Ihnen hart. Sehr schön, der ist tot. Dann hätte ich jetzt gern Sachen angezogen. Sehr schön. Okay. Perfekt. Dann laufe ich eben weg, bevor sein Kumpel kommt und mich tötet. Ne, ich habe leider keine Angel. Sonst würde ich ihn da wegangeln. Der läuft mir hinterher. So halbwegs. Aber ja, ich habe ja fast full life. Und dann würde ich sagen... Oh, da ist mal Angst. Er hat eine... Das ist noch einer. Nice. Das ist mal halt ein Nock weg. Ja, geil. Aber Eisen. Ähm, okay. Dann schnaufe ich mir mal den da hinten. Noch einmal, der gerade hingelaufen ist. Hallo! Boah. Man weiß es nicht er ist abgehauen na gut dann so tägliche eben und zwar hier weil damit ich weiß wie viel ich hab ach so was ich natürlich machen könnte ne kann ich nicht doch ich kann es mit dem bogen verzaubern und es wäre cool wenn ich noch und dahin wenn ich noch mehr reisen hätte oder so um mir noch ein eisenschwert machen zu können und das dann auf sharpness verzaubern so machen wir eben das hier power und dann verzaubern wir eben die ange geht nicht naja das ist ja ein 6 und ein 7 server minus 51 minus 135 das ist ziemlich nah ich glaube hiermit genau damit kann ich mir die richtung anzeigen lassen von dem supply drop und in diesem drop ding sind coole sachen habe ich mir sagen lassen war ich noch nie weil ich das hier auch gar nicht oft spiele beziehungsweise ist das fast mein erstes mal hier da ist noch jemand hallo ach hier kommt das ja kämpft ihr mal ah ok ja coole sache es kommt und hinter mir ist natürlich andere wo ist der da oben ich habe ich habe wo es komisches nicht getroffen auch mit der schütte wenig nehmen Du mit deinen Barrikaden. Och, komm schon. Was? Es ist leider der US-Server hier. Weil der EU-Server momentan nicht geht. Och, verdammt. Egal, ich gehe zurück. Und hole mir die Axt. Weil die ist so gut wie ein... Wie ein Eisenschwert. Was will ich mit der Axt tun? Verdammt, aber Essen. Kann ich mir holen. So, Axt. Komm mal hier hin. So, dann... Was habe ich noch so? Da ist noch Essen. Das ziehe ich an. Fühlt mich wieder wohler. So, hier haben wir nix. Aber ich muss essen. Vier Pfeile haben wir. Das ist gut. Dann gehe ich mal zum Spawn. Und enchant mir das Steinschwert. Weil das dann besser ist als ein Smite-Eisenschwert. Dann komme ich hier wieder hoch. Dann kann ich hier abbauen. Ja, aber droppen nichts. Leider. Komme ich hier hoch. Hier. Und auch in die Stadtmauer rein? Ja. Gut. Dann sollte ich mich auf jeden Fall beeilen. Weil gleich geht das Deathmatch los. Und da war ich auch noch nie drin. Ui. Oh, Deathmatch. Mist. Dann versuche ich mich vielleicht rauszuhalten erstmal. Oder wie viele Leute sind im Deathmatch? Nur er oder wie? Ich glaube nur er. Er ist tot. Ja, gewonnen. Ja. Sehr schön. Gut, gut. Ja. Das war es dann auch. Ich habe jetzt nicht so viel von dem Schnee gesehen. Aber jetzt am Ende schon. Und ja, ich denke mal, ich werde auch demnächst mal nochmal eine Runde Hive Sawyer Games spielen. Auch im Rahmen des Adventskalenders. Und dann kann man ja mal so vergleichen. Was ist cooler? Wie ist das? Und ja. Aber das war es dann erstmal hiermit. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also morgen. Bis dann. Bis dann.